Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schon, aber wir wissen nicht, was in dem Turm ist. Vor allem möchte ich allerdings erfahren, warum sie hier sind. Sie haben ihr Lager weiter vorn aufgeschlagen. Ich schlage vor, wir sehen uns erst einmal ein wenig um. Los geht's! Das ist nicht gerade ideal. Das stimmt wohl, hier entlang. Und? Ich schlage vor, hier den Desillusionierungszauber einzusetzen. Wir sollten uns lieber nicht ankündigen. Réveilion. Erinnert mich an damals, als wir in Gringos fast aus einem Wagen gefallen sind. Heute wollte ich nicht mehr ausfallen. Ich fasse da gar nicht rein. The Eilung? Wirken Sie aus Ihrem Versteck. Petrificus Totalus. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. Hier muss es etwas geben. Renrock hat es gesagt. Wir haben es bald geschafft. Ich spüre es. 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 Rebellion. Ich spüre es. 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 Sagten Sie Senbakars Turm? Ja. Professor Bacar ist ein Hüter, dem Sie noch nicht begegnet sind. Es freut mich, dass ich mit meiner Vermutung richtig lag. Dass wir uns bald nach unserer letzten Begegnung wiedersehen. Allerdings vermute ich aufgrund des Lärms, dass Sie es nicht leicht hatten, zu mir zu gelangen. Das stimmt, Professor. Vor dem Turm sind wir auf Kobolde gestoßen. Das Kobolde von meinem Gewöllbewussten ist beunruhigend genug. Aber wenn Sie auch eine Verbindung zu diesem Turm haben, könnte die Bedrohung größer sein als gedacht. Ein Grund mehr für uns, weiterzumachen. Unten, nahe des Eingangs, wurde ein Speicher mit alter Magie freigelegt. Wie die, die Sie schon gesehen haben. Befehlen Sie ihm, eine Tür zu öffnen. Mehr kann ich leider nicht sagen. Da Professor Figgs Sie nicht begleiten kann, sehen er und ich Sie später in der Kartenkammer. Merken Sie sich das Bild. Wir müssen herausfinden, woher Renrocks Anhänger von einem Turm wussten, der einst einem Hüter gehörte. Im Moment müssen Sie sich jedoch auf Wichtigeres konzentrieren. Auf einen Speicher alter Magie, nicht wahr? Ja, Sir. Dann überlasse ich die Angelegenheit Ihrer stetig wachsenden Kompetenz. Seien Sie vorsichtig. Natürlich, Sir. Wir sehen uns in der Kartenkammer. Ein Speicher alter Magie. Unten, in der Nähe des Eingangs. Streit nicht hier. Rebellion! Das kenne ich. Von Gringotts und aus der verbotenen Abteilung. Rebellion! Beindruckend. Irgendwas muss passiert sein. Ich sollte mich umsehen. Nicht wahr! Rebellion! Noch mehr Spuren alter Magie. Etwas muss sich verändert haben. Revelyon! Incentive! Revelyon! Das hat mir gerade noch gefehlt. Aber wenigstens werde ich diesmal nicht überrascht. Die Ausbildung des Geistes. Revelyon! Revelyon! Incentive! Revelyon! 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 Achtion! Achtion! Motivation! Bekomme ich ihr nichts geschenkt. Reveen. Ich schätze, ich suche nach Spuren alter Magie. Aber wo? Hack hier! Ach hier. Wo? Wo? Ich sollte mir diesen Torbogen von beiden Seiten ansehen. Was hat die Magie auf beiden Seiten des Torbogens verändert? Etwas muss jetzt anders sein. Ich muss überprüfen, wie sich der Raum verändert wird. Was ist, wenn ich durch den Torbogen trete? Achio! Ich verstehe. Ich muss beide Seiten des Torbogens nutzen, um die Plattform auf die andere Seite der Brücke zu bringen. Achio! Daran werde ich mich nie gewöhnen. Achio! 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 Ich verstehe! Konflicto! Ingenieur! Ingenieur! Konflicto! Ingenieur! Konflicto! Ingenieur! 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 Konflicto! 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 Ingenieur! Konflicto! Protego! Ingenieur! Rebellion! Ingenieur! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mal sehen, was sich auf beiden Seiten verändert hat. Mal sehen, was sich auf beiden Seiten des Turbos unterscheiden sich. Aber wie genau? Oh! 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 Was ist das? Was ist das? Das war's für heute. Von Fingo, die Fingo! Na endlich! Revealio! Noch ein Denkarium. Untertitelung des ZDF, 2020 Wie sie die Welt um sich herum verwandeln, ist bemerkenswert. Was ist denn? Sein Zustand bessert sich nicht. Er wird sich wohl nie vom Tod meines Bruders erholen. Es ist furchtbar, unsere Lieben so leidend zu sehen. Die Dürre ist Jahre her, aber der Schmerz seines Verlustes sitzt so tief wie am allerersten Tag. Er braucht keine hübschen Säulen, sondern Frieden. Was, wenn ich helfen kann, Professor? Sie tun doch schon so viel für Ihren Vater. Das reicht nur nicht. Ich will ihm den Schmerz nehmen. Ich weiß, es ist verlockend, mit der Magie, die sie beherrschen, mehr als nur die physische Welt zu verändern. Aber menschliche Gefühle haben ihre ganz eigene Macht. Selbst die umsichtigste und fähigste Hexe könnte den Ausgang nicht vorhersehen, den ihre Manipulation zur Folge hätte. Soll ich nur zusehen, wie der Schmerz ihn zerfrisst? Sie haben kein Recht, ihn zu nehmen? Jedes Jahr aufs Neue sehen Schüler in ihren Teeblättern immer haarsträubendere Dinge. Oh, Miss Morgannock. Willkommen zurück in Hogwarts, Professor. Daran muss ich mich noch gewöhnen. Professor Rookwood? Ich bin hoch erfreut, dass Sie Verteidigung gegen die dunklen Künste lehren werden, Professor. Hier, nehmen Sie Platz. Erzählen Sie von Ihren Reisen. Ich hatte gehofft, Sie und die anderen könnten mich heute Abend zu Hause besuchen. Ich habe so viel zu erzählen. Aber nur zu gern. Sagen wir den anderen Bescheid. Vortrefflich. Dann bis bald. Hm. Noch eine Erinnerung. Und jetzt raus hier. Noch mehr kristallisierter Stein. Das muss der Weg zurück zur Kartenkammer sein. Und jetzt raus. Ich bin sch怕. Ich bin hier. Dann bin ich schon auf dem Weg, wo er zu Hause ist. Ich bin hier. Aber nicht? Ich bin hier. Dann bin ich hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. denn da? Ich bin Schüler in Hogwarts, Sir. Das hier ist Professor Fick. Professor Charles Rookwood, zu Diensten. Hat jemand die erste Prüfung bestanden? Ja, ich, Professor Rookwood. Wir haben Sie im Denkarium in Gringotts gesehen, mit Professor Rackham. Fürwahr. Sie haben also den Portschlüssel zu Professor Rackhams Verlies gefunden und die Karte in dem Medaillon über dem Denkarium entschlüsselt. Ja, ich habe etwas Schwebendes über dem Denkarium gefunden, das ich nicht identifizieren kann. Ah, ja. Sie finden ein ähnliches Artefakt bei jeder Prüfung. Die müssen Sie sicher aufbewahren. Sie brauchen sie zum Abschließen der Reise, die wir für Sie geplant haben. Sobald Sie alle haben, sagen wir Ihnen, was mit Ihnen zu tun ist. Ich verstehe. Können Sie mir etwas über die nächste Prüfung sagen? Bevor Sie fortfahren, möchte ich noch mit Charles über die äußerst angespannte Lage mit den Kobolden sprechen. Hm? Kobolde? Der Schüler hat Spuren einer mächtigen schwarzen Magie gesehen, die von Kobolden genutzt wird. Er und sein Mentor, Professor Fick, sind nicht nur vor Sandbarkhams Turm Kobolden begegnet. Sie trafen auch in meinem Gewölbe in Gringotts einen mächtigen Kobold. Hm. Es wäre wohl klug, die Prüfung zu unterbrechen, bis wir mehr wissen. Aber wir werden uns natürlich nach Ihrem Urteil richten. Nun denn. Halt, Professor. Der Name Rookwood. Denken Sie? Dass es eine Verbindung zu Victor gibt? Vielleicht. Aber hat sie etwas zu bedeuten? Wer weiß. Erzählen Sie erst mal, was Sie im Denkarium gesehen haben. Bevor die Hexe aus dem letzten Denkarium, Isadora, Professorin in Hogwarts wurde. Hat sie sich mit Professor Rackham über schmerzlindernde Magie unterhalten? Hm. Hoffentlich bringt uns das nächste Denkarium weiter. Lassen Sie uns erst mal hören, was Renrock weiß. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wo ich anfangen soll. Aber ich habe eine Idee. Ich habe Sirona in den drei Besen mit einem Kobold sprechen sehen. Sie schienen sich gut zu verstehen. Nun gut. Sehen Sie, was Sie herausfinden können. Und vergessen Sie nicht... Mein Stoff. Ja, Sir. Äh, bevor Sie gehen. Professor? Professor? Sind Sie irgendwo auf wirbelnde Spuren von Magie gestoßen? Abgesehen von denen auf unserem Pfad. Ich glaube nicht. Was sind das für Spuren? Beweise für die Bemühungen der Hüter, die Macht der alten Magie in dieser Zeit zu manipulieren. Wenn ich recht habe, und das habe ich meist, können Sie diese Spuren nutzen, um Ihre eigene Magie weiter zu verbessern. Danke, Sir. Ich werde danach Ausschau halten. Frage nir woke auf família Philippus Wie heißt es? Ja, ich werde mal token. Hollande Morag schenke! Im Gegenteil! Ich dachte, we wären Sie auf إنzen. Wir tun alle okayете. Jetzt wünschen им große Er warant worden. Wie heißt es? Wir haben, vielleicht müssen Sie vorher anhören stinksilos. Untertitelung des ZDF, 2020